Der ist einfach der Mauer durch ganz Europa zieht euch. Ich habe gehört, dass wir uns alles hier gespart haben. Das war mein Arsch, nicht von deinem Gesicht unterscheiden. Jeder mit einem, den dein Geschwätz interessiert. Ich kann es nämlich nicht mehr hören. Ich bin ja wieder hier. Wir sollen in Quarantäne sein. Das ist doch nur eine Krippe. Ich habe das im Fotorlaub in der spanischen Zeit im Grünen. An dieser Krippe sterben tausende von Menschen. Aber nicht nur in Spanien. Überall auf der Welt. Wenn es so ernst wäre, würden die es uns sagen. Hast du Witze? Denkst du, die Männer würden weiterkippen. Wenn sie wüssten, dass zu Hause ihre Familien an einer Krankheit sterben, die schon untertausende Opfer gefordert hat? Komm schon, Mann. Du und deine Verschwörungstheorien. Unsere Regierung wird uns nicht belügen. Es wüssten viel zu viele Leute...